Wurzest du mal früher verlassen oder so von Mädchen? Oder die hat dir gesagt, verpiss dich oder? Immer, immer. Früher waren die finanziellen Mittel nicht so gut. Dann haben die Frauen nicht zu mir gehalten. Aber heute, komischerweise, bin ich zehnmal asozialer. Aber die kleben. Das liegt aber an den finanziellen Mitteln. Die Frauen wissen, wer sich an mir, wenn einmal das Kondom reißt, ist wie Riester-Rente. Einmal Kondom-Riss bei mir ist wie Riester-Rente. Wenn einmal reißt, kann das wie ein Lotto gewinnen. Du kannst dich sterilisieren, oder? Oder Cockring benutzen. Ja, kann ich. Aber, Bruder, warum soll man sich selber verhüten? Das gibt sowieso schnelle Spielchen, habe ich da.